Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Wir reagieren heute mal auf das 4 Millionen Abonnenten Special von Palut und natürlich Gratulation, das wäre natürlich ein Traum da mal hinzukommen und überhaupt mal über die 1000 zu kommen und so weiter. Also falls ihr Bock drauf habt und falls euch unser Content natürlich gefällt, aboniert gerne den Channel, lasst gerne ein Däumchen da oben da, mich würde es extrem freuen und ja, schaut euch gerne auf unseren Social Media Channel, so bei Insta und TikTok, kennt ihr natürlich sowieso, alles unten in der Bio und natürlich sind auch alle Reaktions wieder oben rechts verlinkt und auch unten in einer Playlist und sollen wir mal wieder live streamen, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr Bock drauf habt, los geht's. Alles begann am 30. Zent. Das kann ich mir vorstellen. Das war's. Null. Ja, moin Leute, schön das hier, wow, jetzt muss ich mich mal erst mal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Moin Leute, herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play Happy Wheels, mein Name ist Palut. Happy Wheels, Podcast. Tschüss. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem Herzen. Achso, das ist gar nichts, das wurde ihm geschnitten und er reagiert jetzt drauf, das ist auch ziemlich cool. Let's Play Minecraft. Moin Leute. Ach, da ging's schon los. Da hat du zu dir holen. Da hab ich nicht mit dem Toaster oder so aufgenommen. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA Projekt. FIFA. Krass. Und da ging's los. Ich denke, das Ganze ist hier gerade so eine Art. GTA. GTA, Junge. GTA 5. Alles noch ohne Facecam, also ziemlich cool. Und dann Minecraft natürlich. Natürlich. Moin Leute, herzlich willkommen zu Guess What? Dem interaktiven Faktenquiz. Auf jeden Fall ist es endlich da. Der erste Merch. Er ist drin. Oh. Echt? Bei 100 Kauschern. Willkommen zur ersten Folge von Minecraft Galaxy, einem kleinen neuen Projekt. Komm zum Start der Bad Wars Woche. Das bedeutet jeden Tag eine andere Map mit einem anderen YouTuber. Über... In your guest zum Start von Baro 2. Das hier ist Team Lula, sind Palut und ich. Hallo. Hallihallo. Schau mal, wie das da rauf ging. Aber erinnere mich ein bisschen an das Video von Maxi5, dass wir reagiert haben auf sein 1-Millionen-Special. Das ist auch so ähnlich aufgebaut. Also es ist eigentlich fast exakt so aufgebaut. Sie ist endlich da. Es ist ein bisschen peinlich, hier einfach zu stehen. Ich weiß gar nicht, wie Simon das immer macht. Oh! Hallihallo! 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 Hallo, offensive. Das ist auch ein Wahnsinn, wie der durchgegangen ist wirklich. Also wenn man es so nimmt 4 Millionen, du glaubst der schaffst ja theoretisch jeden Tag mit einem anderen Video in den Trends. auf 1, 2, keine Ahnung, Top 5. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Der ist so aktuell so beliebt. Das ist ein Wahnsinn. Ja, drei Viertel. Und da ist Fassi Müller. Wie sich noch an alles erinnert. Ich meine, das sind ja auch schon teilweise 6, 7 Jahre her. Oh, die 900k. Oh Gott, mit Rebi. 50k nach der nächste Müller da. Gleich die erste Million. Ja, die erste Million. Hallo Zombay. Hallo, Benutzen. Damals noch Zombay gesagt. Minecraft Sky. Die nächste Folge von Minecraft Sky. Bist du bereit? Nein. Waro. Was? Es wurde schon gestartet. Wir haben kein Wasserlauch. Ich will dich nicht. Alter, what the fuck? Und da ging es direkt los über die ganzen Minecraft-Projekte. Aber nicht nur Minecraft. Also ihr seht ihr jetzt auch mit, keine Ahnung, Among Us, Fall Guys und so weiter. Einfach jedes Video-Format, was der startet, geht durch die Decke. Selbst FIFA. Obwohl ich ihn 0% mit FIFA irgendwie in Verbindung bringen würde, schafft es sogar mit FIFA-Videos in die Trends. Diese Reise begann bei 0 Abonnenten und 4 Jahre später haben wir es irgendwie geschafft, die 2 0 Abonnenten zu kriegen. Na, 16. Das ist schön. Das ist... Oh ja, der erste Boost-Fahrer sind wir Leute. Das ging einfach... Stimmt, das gab's auch noch Minecraft-Mero. Ja, und da waren Maudado und Zombie dann auch bei Freedom Reise in die Welt von Minecraft-Freedom begleitet haben. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Pokémon-Go-Video. Leute, wir müssen los. Es gibt interessante Neuigkeiten. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja, genau. Oh mein Gott, ja. Er war zwar nie richtig drin, muss man sagen, im UFO, aber es war einfach... Ich... Ich glaube eigentlich, die UFOs hatten wir immer noch letztes Jahr oder so. Aber die waren echt genial. So ein geiles Teil des UFOs. Er, glaube ich, war... Er hatte nie ein richtiges Zimmer im UFO. Ah, die guten Paluten-Animationen. Oh, Minecraft-Mörder. Auch so geil. Das Sims-Projekt. Oh, auch ein absolut geiles Projekt. Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part von The Forrest. Hey, und willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt zusammen mit der Palette. Minecraft-Dimension. Wow. Minecraft-Flasche. Ist das eine Flasche? Ist das eine Flasche? Hehehe. Er hat... Stockt so ein bisschen müssen sein. Aber trotzdem, ich muss... Moin Leute, Herbst-Projekt, ganz klar. Ich glaube auch, er ist so sein Q-Partner so. Die machen auch alles miteinander. Die German Let's Play und er. German Let's Play. Denn, meine Damen und Herren, wir werden... Gold Rush. Stimmt. Ah! Es lebe Arztotzka! Drei Millionen. Der Grenzposten-Simulator, beziehungsweise Papers, please! Und die drei Millionen! Oh Gott, was ist das für eine Reise, Leute. Ich gönne sie auf jeden Fall. Das kenne ich auch. Das ist noch gar nicht so lang. Das war tief. Juhu, das war auch so geil. Thief-Sumulator. Auch so ein geiles Spiel. Survival Evolved zusammen mit Jump. Ich sage ja, alles. Er hat wirklich das Gefühl in einem Jahr. Er hatte, glaube ich, zehn verschiedene Projekte. Landwirtschaft-Simulator. Landwirtschaft-Simulator. Secret Neighbor. Auch geil. Roblox. Ah, ein bisschen Human-For-Fest. Ey, was für verschiedene Spiele im Laufe der Zeit. Schön, wir sind das in Roblox. Ich gezockt habe, das ist so geil. Oh, Olympia. Boah, ich bin so froh, dass ich sozusagen von dieser Minecraft-Spiele komplett mich, mich, meiner Meinung nach weiterentwickelt habe. Ich habe auch viele verschiedene Spiele. Gucci-Simulator. Deswegen, wenn wir am heutigen Tag einen Gucci-Store aufmachen. Das ist der Gucci-Simulator, Junge. Ah, bin ich? Ich habe... Ich habe... Minecraft-Flucht. Fahrrad-Simulator. Aber Minecraft nie vergessen. Fahrrad-Simulator auch geil. Moin Lotte, herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Raft. Zusammen mit Jermann. Hallo. Let's play. Hallo. Die Zahl. Moin Lotte, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gucci-Simulator. Schlamasseling-Welkang. Nein, meine Damen und Herren, unser Gucci-Laden wird am heutigen Tag umgebaut. Und zwar zu einem Lebensmittelladen. 3,5. Moin Lotte, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Oh, geil. Auch geil. Zur 20. Folge. Auch ein schöner Abschnitt, den ich definitiv nicht missen möchte. Mit dem Anzug so. Ja, hallo. Moin Lotte, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Minecraft-Dungeon. Ja, das ist... Moin Lotte, herzlich willkommen zu einem Lego-Polizei-Simulator. Geil, Lego Undercover. Boah, saugeiles Spiel. War ich so froh, dass ich das durchgezockt habe. 18, also 18. Na blödsinnig. Schmahamas-Verschwörung. Ein Jahr später, 2019, erschien der erste Comic. Der Golem-König. Ja, aber da ist er wieder bei Minecraft-Ehr geblieben, weil das ist ja auch so eher Minecraft-ähnlich. Und bereits wieder ein Jahr später, da befinden uns im Jahre 2020, kam schlamasselnd im Weltall. 3,8. Jetzt geht's gleich auf die 4 zu. Moin Lotte, herzlich willkommen zur Karte von der Vorgang. Schmemorist. Moin Lotte, herzlich willkommen zu einem... Der ist kein Fake. Ah, Among Us. Geil. Das hat ihn wirklich, glaube ich, gefühlt jeden zweiten Tag in die Trends gebracht. Erst muss ich sagen, geiles Game. Moin Lotte, herzlich willkommen zur vierten Staffel von Raph. Zusammen mit German, let's play. Moin Lotte, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft-Flucht-Zweil zusammen mit German, let's play. Hallo. Da kommen sie. Eine Megazahl, muss man echt sagen. Diese Zahl. Ich denke, es ist gerade... 4 Millionen Abonnepunkt. Um einfach mal Danke zu sagen. Leute, danke, 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 dass ihr euch meine Videos anguckt, dass ihr mich unterstützt. Achteinhalb Jahre. Achteinhalb Jahre. Und jetzt kommt die Views. Circa. 3,2 Milliarden. 4 Millionen Abonnenten. Milliarden. 3,2 Milliarden Aufrufe. Über 8,5. 300 Videos, 33.000 Likes pro Video, 259 Dislikes pro Video, 1.200 Kommentare. 1.300... Wow, das ist auch mega. Über 700.000. 700.000 Follower auf Twitch. 419 auf Team Paluten. Grüße gehen raus. Boah. Ah, Durchschnittswerte der letzten 60 Tage. Alle Angaben ohne Gewehr. Ja, danke für diese verrückte Zeit. Danke, dass ihr immer hinter mir steht. Ich bin leider nie der Beste, sich in solchen Situationen irgendwie... Seine Kopfhörer, irgendwie die zusammenhängen ist es auch... Auszudrücken und auch irgendwie seine... Seine Dankbarkeit so in Worte zu fassen. Das... Da bin ich irgendwie nie so richtig gut, aber... Ich hoffe, ihr wisst, dass ich wirklich dankbar bin. Für alles, was ich hab. Ich bin dankbar für die... Für die Zeit, die ich hier auf YouTube irgendwie verbringen kann. YouTube machen kann und... Einfach... Ja, diese Reise ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, Leute. Ich will weiterhin Gas geben. Ich will euch weiterhin unterhalten. Ich hoffe, ihr seid weiterhin am Start. Denn diese ganze Palutengeschichte... Ich glaub, das Thema, das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Ich will weitermachen. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich... Was ich noch weiter sagen soll, ähm... Was nur annähernd beschreibt, was irgendwie in meinem Kopf so vor sich geht. Es ist einfach pure Dankbarkeit für alles, was ich in dieser Zeit erleben durfte. Ach, das ist einfach völlig verrückt. Dieses ganze... Dieses ganze Leben ist einfach völlig verrückt. Muss ich einfach sagen. Und... Ich will euch auch nicht weiter nerven. Ich möchte hier einmal sagen, ähm... Ein großes Dankeschön an Best of Paluten, der das Ganze hier zusammengebastelt. Ist natürlich auch verlinkt. Leute, danke, danke, danke. Vier Millionen sind krass. Aber ich möchte, ähm... Die fünf Millionen. Natürlich trotzdem weitermachen. Hier ist es einfach noch nicht Ende. Und dementsprechend sehen wir uns direkt schon morgen bei einem neuen Video. Tschüss. Ja, es ist ziemlich cool. Und wie gesagt, ähm... Ich find's natürlich mega gut. Aber er hat noch bei den guten alten Zeiten angefangen, muss man auch sagen. Ähm... Ich glaub, der Algorithmus wird immer schlimmer. Ähm... Ich glaub, es ist auch theoretisch nicht mehr möglich, dass man irgendwie viele Leute erreicht mit einem Video. Ähm... Macht es trotzdem gern. Ähm... Falls ihr uns irgendwie erreicht habt, mich erreicht habt, abonniert doch gerne den Channel. Lasst gern ein Däumchen nach oben. Das ist... Mega. Also wirklich vier Millionen. Ich glaub, das hat vor ihm im Gaming-Genre nur krank geschafft. Ähm... Ich rede jetzt von den Deutschen in Österreich. Glaub ich, da gibt's sowieso keine vergleichsmäßig hohen YouTube-Abonnenten. Aber ich glaub, das hat vor ihm wirklich nur krank geschafft mit vier Millionen. Ähm... Als deutschsprachiger überhaupt im ganzen deutschsprachigen Raum. Ähm... Deswegen abonniert gerne den Channel. Lasst gern ein Däumchen nach oben da. Lasst unsere Abonnentenzahl steigen. Und äh... Falls ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob wir das nächste Mal wieder ein Livestream machen sollen. Würde ich extrem gern machen. Also... Wir sind's hoffentlich... Ja, morgen schon. Ich weiß nicht genau, bei welchen wieder. Ich kann nochmal kurz gucken. Okay. 10.000 hat er schon wieder gemacht. 4,01 hat er. Äh... Ich kaufte den neuen Formel 1-Projekt. Den hab ich auch schon, muss ich sagen. Ähm... Ja. Wie gesagt, abonniert den Channel gern. Ich find's extrem gut. Und... Wie gesagt, schaut gerne bei uns auch auf Instagram-Tippe vorbei. Aber vor allem abonniert den Channel gern, falls ihr Bock da drauf hat. Wir werden morgen auf jeden Fall was zocken. Äh... Formel 1, Formel 2 soll wiederkommen. Und... Ja. Auch ein neues Projekt. Aber Cold War Montag dann wieder. Bis dahin. Und Dankeschön. Bis zum Glück. Und ciao. Bis zum Glück.